Hatten wir den nicht im ersten Spiel und damit haben wir uns willkommen zu der Antwort auf der Zeigenzwelle. Ja, und hier haben wir Blamabel geschlagen. Genau, und sind Bronze geworden. Ui, wo kommt der Chor her? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die sieht auch bunt zusammengemischt aus. Links ist dein Spirit Animal, ne? Ne. Nicht in Rot, wenn die Grün-Weiß tragen würde. Warum lädt das eigentlich nicht? Hyperlisk lädt nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob die Kamera so... Ja, das ist die Kameraeinstellung. Der sieht halt so aus, als hätte er acht Zornen Selbstbräuner genommen. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Kamera. Ja, weil das ist alles so orange. Ja, ich sag auch. Weil alles sieht aus, als hätte es acht Zornen Selbstbräuner genommen. Ja. Ja, was sagen Sie, Herr Rock? Ne. Hätte mich jetzt auch überrascht. Aber du hast mich heute schon überrascht mit dem komischen irischen Lied. Ich verstehe nicht, warum du das nicht zumindest akzeptabel filmst. Das ist Cyprus. Zypern. Ich dachte schon, die kippen jetzt die Bühne um. Das Schlimme ist, dass das eine Lied jetzt wahrscheinlich sogar weiterkommt, weil du alles andere gerade mit drei nur noch erfährtest. Ja, bisher war auch, muss ich sagen, noch nicht... Also nach... Wir haben eine Party. Kam noch das irische Ding. Ja, es kommt noch relativ viel Deutsch nachher. Okay. Da war die Quality... Ach du meinst... Ah, stimmt gar nicht so unbedingt. Du hast mich so fasziniert. Kommt noch. Und aufrecht gehend. Die ist ganz schön laut. Aufrecht gehend wird der Burner. Mary Rose. Warum ist sie eigentlich so laut? Ja, ich habe sie auch gerade leiser gestellt. Ich muss mein Sound-Pod noch fixen, damit ich... Also die Zuschauer kann nicht unterhalten mit... Aber dich halt nicht. Aber jetzt geht glaube ich gleich der Syndicizer im Hintergrund richtig ab. Komm jetzt glaube ich gleich. Erdogan. Jetzt ruhe ich mal raus, bitte. Dudeldeldeldl vantagealnade. Das hat glaub ich auch so ein Anfang 2000er Ding. Dieses Gedudel. Ja, 99. Ja, da zähl ich noch... Hallo Daddy. Das zähl ich noch als Anfang 2000er. Da ist ja… Oh er hat's vorne... Er hat vorne gewallt… hut, mein reaper läuft hier irgendwie... Die Gegend. Oder so ist das falsch? ная�K , Er ist mit Abschluss, das Wissen an diesem Lied Die hat das gedudelt ne? Mein Gmente aus den 90ern. hast du denn mal ein jamba-spar-abo gehabt ja du hast mal ein jamba-spar-abo ne ob du das hast glaube ich auch nicht ja ist gut jetzt das solltest du besser lassen scouting das schreckt ab ja der rieber geht drauf aber ich habe das da geht gesehen das war wichtig ich muss zu meiner schande gefällt mir nicht so schlecht wie gefürchtet ich mein ja das zugegeben der geduld macht viel aus ein fahrer nummer gesungen der 12 punkte vom grieke land mit der rieke land die 12 punkte das heißt ich soll dem gegner ich dachte das wäre das auch cool aber war es gar nicht so und und adepti ja das ist mehr als einer ja den kriegst du kriegst du es sogar noch einen link gekriegt weil ich das bewusst also soll ich das dem gedudel gerade zwei geben oder was habe ich jetzt für ein bildschirm weiß ich nicht ich habe ich werde nichts mehr ich sehe nichts mehr ich schmecke nichts mehr ich habe aus dem weißen bildschirm wir werden angegriffen wollte hier im spiegel oder als wir müssen noch den pastor hören jetzt geht es weiter der pastor singt ja 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 ne das war ein voidray ne das war aber ne das war aber ne das war aber im shadow war das eine orga cool morin ist ein arga doch fertig was immer noch nicht um still ich weiß der die hexer die hexer die hexe ist tot gegner ist tot wohin da ist schon getötet ich sehe doch die gleiche habe ich getötet ja ich mache sogar gute moves wenn ich nicht die intension habe gute moves zu machen Das ist schon geschreckt ab. Button. Monos Lieblings-Akzent noch. Habe ich mehr, Phoenix. Das hat sich. Hölzuch. Ja, hat er. Aber du kannst Phoenix Rage erforschen. Ja, vor allem habe ich gleich drei Star geht's. Dann kannst du deine Produktion ja eigentlich sehr stark erhöhen. Das ist mein Plan. Von dir, von der Theorie her. Heißt aber auch, Mars R vom Gegner. Weil das für uns bedeutet, wir sollten nochmal zeitnah eingreifen. Wobei, ich habe selber ME. Aber ich nicht. Äh, na na, dog. Kong. Bong. Bing, bing, bong. Oh, warte. Themen Sie ihn an. Wer wird denn jetzt? Ich habe vergessen. Das ist der Nergosche Trick da. So ein Depot reinbauen. Tom. Tom. Wo bin ich eigentlich? Da bin ich. Teleportation erfolgreich. Äh, das Lied davor. Hat er zwei gekriegt. Genau, dem würde ich keine zwei geben. Da habe ich schon lange eingetragen. Da haben wir schon drüber geredet. Sehr gut. Willkommen zurück von deinem Schlaganfall gerade. Ja. 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 Ist das Wikinger-Schiff da, aber. Hat nicht nur an dem Schiff. Hast du nur ein paar Gas? Nur so ein bisschen. Ja, ja. Ich gebe mir mal 300 Gas. Weil ich würde gerne mein Dingskönner wussten. Hast du drei Geld? Oh ja, ich habe mir jetzt eine VR-Brille bestellt. Habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Ja. Willkommen zurück von deinem Schlaganfall. Senor. Das ist aber voll unfair. Das ist die Frage, die 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 Hälfte der Leute fragt hat. Der hatte wirklich einen Schlaganfall. Das glaube ich nicht. Und die Hälfte der Leute freut sich. Die Hälfte der Leute schreibt kein Kommentar, weil niemand schreibt einen Kommentar. Außer kommt auch mal wieder eins gegen ein. Ja, das ist ein Bericht. Und die Antwort ist, vielleicht. Wenn ich das wüsste, hätte es eventuell ein Video schon gegeben. Oder eben nicht. Gibt es mal wieder Community-Turnier? Gegner. Blum. Ach, viel Ground. Ich habe nur viel Ehr. Das ja, das ist verweht wie ein Blatt im Wind. Ich wette vor, ich kann nichts machen da. Ja, das Problem ist, also ich den Ehrfight gewinne ich, aber. Du musst mich unterstützen. Senor. Der Rock ist nicht so stark. Der Rock auf der Brust erläuft. 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 Wo sind sie hin? Der Ehrt ist tot. Wir sind im Weihnachtsflärm. Der Fall out. Der hört sich an wie ein Weihnachtslieder von Peter Alexander. Das ist ganz schön hoch. Wir haben gerade gegen Master gewonnen. Ja, haben wir im ersten Spiel auch schon. Das sind die ersten Murch Master. Murch Master. Ich bin inzwischen wieder bei Much angekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das wieder her habe. Woher kommt eigentlich Much? Muss ich mal meinen jugoslamischen Kollegen fragen? Much? Ich glaube, das ist norddeutsch, oder? Ich habe letztens meine... Ich habe ja seit der ESC die ersten Proben auf TikTok veröffentlicht. Da habe ich ja TikTok, ja? Jetzt wurde mir da meine erste... meine Kindergartenfreundin vorgeschlagen. Die macht Videos über das Leben als Ostfriese in Berlin. Und das hat mir TikTok einfach so vorgeschlagen. Fand ich sehr witzig. Much ist übrigens eine Gemeinde im Rhein-Siegen-Kreis. Ja, musst du hinfahren. Ja, ist in Ordnung. Reicht. Danke. Die Pferderrenbahn ist auch da. Nee, das darf auch raus. Was kommt? Was ist das? Ungarn? Much steht auf jeden Fall nicht im Duden. Das ist Ungarn? Nee, das ist Bulgarien. Tja, da steht ja auch Bulgarien. Ja, echt. Ist jetzt nicht so schwer zu erkennen. Oder ist Mono? No, wie dey. Das Monos spielt da rechts unten. Das Standardbild. Ja, das ist der Kajowski. Kaczynski. Kaczynski. Das sind jetzt hier los. NDR 2 lässt grüßen. Um 21 Uhr. Das wird immer so ein Schwarz. Wenn du sie jetzt sagen, da kommt dann nur noch so Muchmusik. Ja, nur noch so Muchmusik, genau. So Musik, damit man im Autofahren nicht einschläft, wenigstens. Ja, aber das ist dann mehr Action dabei, so Uff, 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 Uff. Ich finde diesen Dance-Trend ganz schlimm, mit überall dieses Bum, 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 Bum. Aber das war in den 90er Jahren, als mein Bruder jung war noch schlimmer. Ja, ich mag das ja. Also vor allen Dingen dieses, ähm, Yes, Euro, Euro, Euro-Dance. Nee, das ist ja sogar. Ist das Euro-Pop? Nee, das ist ja Euro-Pop. Überhaupt gibt's auch, aber das ist noch was anderes. Jo, Tequero ist aber irgendwie überhaupt gar nicht bulgarisch. Heißt du? Ich liebe dich auf Spanisch. Ah, ist das nicht Teamo? Nee, das ist Italienisch, oder? Nee, doch. Oh. Ich glaube sogar, Tequero heißt... Nee, ich... Doch, das muss ich liebe dich sein. Teamo ist... Auch, ich liebe dich. Ich weiß noch nicht, warum das anders ist. Also, entweder ist es tatsächlich Italienisch, oder ist... Man kann es ja auch mehrere sagen. Weil da Tequero singt Sida, und Teamo singt Hauertgarten. Nee, das ist der Unterschied. Wir brauchen mehr Mineralien. Nee, aber Teamo ist auch Spanisch. Dich lieben. Naja. Das hat sie jetzt gerade gesagt. Oh, irgendwie wirst du, glaube ich, gekennen Rushed. Du wirst gekennen Rushed, Sida. Wo denn? Oh, ich bin gekennen... Ja, schade. Ja, ich würde gleich sobald... Also, so spät wie möglich die Exe canceln und schon mal eine Drohne zu einer anderen Base schicken. Ein grundsolider Plan. Du bist einfach der grundsolide Spieler. Ja, also, das ist auf jeden Fall... Lass ihn aber, wie gesagt, so spät wie möglich. Ja, ja. Müsst du mal gucken, ob ich auch gekennrushed wäre. Ich lass dir mal die... Ich geh dann auf die hier direkt. Hab ich mal gemacht, was du erzählt hast, ne? Aber so ruhig schon. Ja, wobei, da ist der Gegner gerade. Der wird dich... blocken. Dann bau mal eine Makro-Hedge. Dann geh ich woanders hin. Ja, aber bau trotzdem schon eine Makro-Hedge. Den Befehl kann doch keiner aus. Oh, ihr seht jetzt gleich die ganze Zeit, das ist völlig falsche Ding. Sehr viel blau. Das müsst ihr sehen. Der Königsblau? Ne. So tief sind wir ja noch nicht gesungen. Siehst du, I love you so much. Also, war das auf jeden Fall richtig? Ja, okay. Das war okay. Thank you, Europe. Vote for the music. Vote for the music. Wie kann ich eigentlich Supply-Block-Zeiten, weil ich nichts gebaut habe? Also, du wirst unten auch wieder kennenrushed. Aber ich bin da eigentlich früh genug mit Bling. Das sollten wir abwehren können. Okay, ja, meiste. Okay. Wenn er sich da nicht gut einbaut. Also, das ist sowieso ja meine Base. Von daher. Egal. Ich hab ja schon eine. Das wird es nur, dass du hier unten nicht gekennenst wirst. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Der Bayern, der Bayern, der Bayern. Der Bayern. Ich kann halt noch nicht mit den Lingen, die kennenzлучplicaten greifen. Das geht halt nicht. oder die gecancelt mehr oder nicht ich gehe mal auf die andere seite mal gucken was das ist das okay das richtig 7 bulgarien gerade war raus na ja doping für die haare maria da geht es hat er gesagt hat er doch gesunken kann ich ja nichts für adept ich bin out of position sehr gut und jetzt die kennen zerstören in deiner main bestesten auricul und zerstört alles ist kein worker mehr hier aber da war doch der ding und sich verstehe ich warum der also ich kenne ein paar minerals geben zum worker nachbauen wenn du das willst du hast die zweite hätte ich glaube ich auf dem hotkey weil da sind viele laufen dann ja ich brauche minerals ja ich gebe dir mal eben ein paar ich kann mit meinen maraudern kann ich die dinger da töten mit rohland vor allen dingen da ist der ja aber jetzt ist okay rennt zu mir in den spår ich habe ja kein spår doch da eines wenigstens leer aber er hat zwei auriculs deshalb hast du auch so wenig dings noch meine worker warum ziehst du die eigentlich quer über die map solltest du einen waypoint an deiner zweiten tat lassen ja maria 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 magdalena hier ist noch ein anderes lied er hat mit einem hitpoint überlebt oh nein der korrigs so ich glaube jetzt brauche ich einheiten weil ich irgendwie habe ich das gefühl ich war gerade ein bisschen gierig wer kann oh das ist am top of the world ja geil jetzt mal ein zweites wo wenigstens und auch ich will dabei ich kann halt irgendwann jetzt kann ich halt was bauen wenn du mir ist das kann ich noch mehr aber ich glaube du hast keine ja mit weiz wird schwierig werden wir müssen ja probieren wenigstens mit zweiheit was wird halt schwierig ich sollte mal sammeln das ist das schlechtere von den beiden malen wo sie dabei war das erst das ist noch deutlich besser diese range das spiel läuft alles andere als optimal für uns bei dir kommt das oracle ja kann ich aber nicht ändern oh da war der yamamoto cannon nein der kommt halt echt weg der ist halt wieder mit einem hitpoint weggekommen das gibt es doch nicht du hast gar nichts ne ja ich kann die wohl auch ausgeben aber ich habe das vernünftige wenn du dir selbst ausgibst wenn ich ehrlich bin jetzt möchtest bleiben wir sollten jetzt gleich einfach mal pushen aber du hast halt nichts ne ja nicht so wirklich aber ich muss halt einfach belästigt wurde da die ganze zeit das ist ein richtig schönes typisches ESC Lied damit habe ich wieder keine Minerals mehr er hat mich gefunden das stimmt hast du Gas über ne ich glaube die Basis muss ich aufgeben das glaube ich auch da kommt ein random tank in unsere base der können wir weg machen ich bin halt bisschen out of position da vorne stehen wieder ich jetzt und da kommt der ganze gegner zurück 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 Mitte 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 wieder aber ich also das macht mir jetzt gar nicht so viel Angst um nicht zu sein wenn wir hier irgendwann mal die Forcefield zu sprechen da kommt die nächste muss warten ja auch halt Gas wenn ich halt irgendwann mal ein bisschen Gas hätte ne weiß ich ob es dich wundert aber ich hab auch keines ne ich hab halt Minerals ohne Ende aber kein Gas ja ja ich kann es nicht ich hab halt kein Gas ja aber die Einheiten die da vorne stand das ist mir so schade ich sitze in deiner main da kommt wieder ein random tank ich hab kein Gas ich hab kein Gas ich hab kein Gas ich hab kein Gas und ein Cyroq ne äh so deine Ground soll hier auch bitte mit angreifen ich hab kein Ground ich hab kein Ground halt zwischendurch irgendwann mal ein bisschen Gas geschickt hätten, dann hätten wir das halt noch gewonnen. Ja, du meinst halt auch seit acht Jahren kein Gas, in deiner Main zum Beispiel. Ja, der muss man nicht, der Gegner gespießt, der ist einfach zum Kotzen, ne, bisher. Das hätten wir halt easy abwehren können, wenn du mir mal einmal Gas gegeben hättest. Aber ich schreie und schreie und schreie. Ich gebe dir jetzt alles Gas, was ich habe, jetzt rein. Ja, diese 118 hätten mir geholfen. Aber jetzt habe ich keine Ground mehr. Ach, Sarok, das hast du aber vergeigt. Ja, das war wieder diese komische Spielstunde. So, das gerade eben war nichts für dich, ne? Nee. Mach's gut, tschüss. Glockenze und schreie. Untertitelung des ZDF, 2020